Willkommen zurück zu Final Fantasy 3, ja, wir sind immer noch im Wichtum und suchen eigentlich das Wichtum überhaupt. Oh, das ist, weiß ich nicht. Und ich möchte eigentlich nicht gerne kämpfen. Oh ja, aber das ist ein Berserker, glaube ich, hoffentlich. Ja, das ist ein Berserker. Und ein Basilisk. Eis. Und ein Basilisk. Kann man die benutzen, muss man weiter. Und er ergreift an. Oh ja, und er hilft sogar noch. Blitzrach. Zweite besiegt, das ist gut. Achs Stufe ist gestiegen. Refiah Stufe ist gestiegen. Und wir sollten mal Luness sein. Item. Tauschen. Luness. Ich erfahre wir mehr, wenn wir den Wichtum nochmal ansprechen. Und zwar. Was sagt er richtig? Aha, jetzt gibt er ihnen auf einmal auch noch den Zauberwicht. Oder dass man das vorher hatte. Na gut, also er sagt nirgendwo südlich. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wo das lag. Ich glaube, ich gucke kurz in der Komplettlösung nach, bevor ich hier ganz lange rumirre. Und da es ja jeden Tag eh nur ein Video gibt, wäre das eigentlich nur eher ärgerlich für euch. Also dann gerissen die Bären da oder so. Höhlenbären. Ich kann auch anhalten. Oh ja, und er hilft noch. Das ist gut. Jetzt war wieder, das ist gut. Das ist magisch. 22 schöne Sache. Von ihm muss es bestehen, gut. So. Einen kleinen Schnitt, schau kurz nach und danach geht es weiter. Okay. Na, wie ihr seht, habe ich mich keinen Millimeter bewegt. Ich habe nur nichts gemacht. Und zwar müssen wir auf alle die Zauberwicht haben. Auf alle. Das war mir wichtig zu wissen, bevor ich hier... ...herum irre. Und keine Ahnung, aber was hier machen soll. Was ist mir noch? Wicht. Oder warte, warte. Äh, im Ding stand auch, das Wasser da oben, diese Wäldchen, wo der Wicht ist, ist ein Heil... Also ist dieses Heilwasser, was man auch in diesen Häusern entdeckt. Der kommt mal nur ein bisschen weiter. In der Uhr, in meine Uhr habe ich mal eingegeben. Ja, hier sind die Zaubergegegen. Ähm. Ne, sollte man alles machen. Ja, hier. Ja, hier oben. Ja, ähm. Da stand... ...dass das Heilwasser ist, ja. Da steht ja auch hier. Das schade. Ja. Und hoffentlich macht er. War auch gut. Ich kann mich nicht angreifen. Ich möchte nämlich keinen Mann, aber ich möchte keinen Mann, einfach... Ich kann das nicht anders machen, egal. Okay, ich sollte doch MP benutzen, weil wir heilen uns ja gleich. Ah, gut, er hilft uns, das ist gut, brauchen wir auch, da wir ja gleich ganz klein sind. 194 besiegt gut. Stufe von Nulless ist gestiegen, und wo Stufe von Riftia ist gestiegen, Portion erhalten, oder Portion, wie auch immer. Ob nun in Englisch oder Deutsch ist eigentlich egal. Für mich. Nichts passiert. Ah, darum. HP und MP wiederhergestellt. Gut. Menü. Magie. G4. Da geht auch einfach hier Weg, auf, und ich selber und auf Ingos. Ja, kostet auch. Aufgehörte Gruppe machen können. Und auf einmal ist er auch erschein. Das ist natürlich nicht logisch egal. So, als besuchen wir das Dorf, es soll südwestlich sein. dann schauen wir mal jetzt vielleicht die gegner da wir klein sind das macht keinen sinn wir machen immer nur einen schaden deswegen lieber fliehen anstatt zu sterben ok muss ich vielleicht noch genau genauer genau mal helfen doch blitz gemacht sind aber machen ja sinn aber ich möchte die mc die die 92 gelb ich glaube ich heißt es gefunden mhm Totus Willkommen in Totus Meine Freunde Wir sind winzig Ihr seid fein Wir sind kitzig Ihr seid klein Ha 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 Ich geh rein Der Josmetri-Berken Die Heimat der Wilkinger Befindet sich am Ende des Todes durch die Muta Bla 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 Ein Kupo Ich bin ein Wichtiger Und ich bin froh Mein Haus ist klein, dann startet ihr so Oh Gott, ich kann ja reiben Das hinnert mich schon jetzt Doktor Sherlock ist krank Das ist das Ende Ihn kann niemand heilen Weil er Jeder einzige Arzt ist Physikus heilt sich selbst Was Sind wir verloren Der Stein Kommt mir Ich kann aber nicht an Dann klicken wir mal den Stein auf Jetzt verstehe ich warum ein Wicht sein muss Ok, wir schauen gleich das aus an Wir schauen uns vor nochmal Die Umgebung an Oh mein Gott Nur der Dektor Doktor Dektor Nur der Dektor Nur der Doktor Schalko Weiß wo die Tunnel sind Sie zum Betriebecken führen Nur Wichteln und Wichtelbrusse nicht wichtig Können tot zu das Wichteldorf mit Wichteln Äh ich meine betreten Ich sehe dich synchronieren Wir sind jetzt nicht Weil Keine Ahnung Weiß auch nicht Weil So ist Ha Guter Grund Ich steck gerade fest Das sind Die Grußung Also Feuer Eis Schlaf Blitz Gift Aber ich möchte Aero Und Blitz Beibring Ach Ne Engos Aero Beibring Re 4 Weil Die kann ja alle weißen Zauber benutzen Oh Gott Ja Riecht komisch Okay Habt ihr schon einmal von den Leben in den Wald gehört? Die Fählen dort sollen wunderschön sein Hab ich schon Ach da hat ihr so? Ja Müssen wir auch nicht Ich möchte da rein in diese Kaffeekannen laden Habt ihr schon einmal unser Lechtel Lechtel Unser schlechtere Lechtere Brot Versucht Habt ihr schon einmal Unser leckeres Wichtelbrot Versucht Es hat den gleichen Effekt Wie die Zauber Sicht Wenn Nochmal Wenn sich Ist in Not Probiert ein Wichtelbrot Kein schlechter Slogan Oder Und es schmeckt auch noch so lecker Wichtelbrot 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 Wo bist du da bist du? Wichtelbrot 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 mich kotzt die musik schon langsam an ich wünsche euch eine ruhige nacht ich habe geschaffen will stein ich nicht aber jetzt bin ich schlafen gegangen nein natürlich nicht ich glaube einige verstehen dass wir zu werden gemeint was eigentlich blöd ich verlasse das dort speichern und dann ist das video auch schon wieder zu ende ja ich hoffe es hat euch wie immer gefallen ich glaube ich muss das nicht jedes mal wiederholen oder speichern ich hoffe es hat euch gefallen da muss ich auch nicht sagen also bis dann